hallo meine lieben freunde zu einer neuen folge von ls 19 auf dem bauernhof von patrick msv so was machen wir heute ganz klar ich hab schon mal alles vorbereitet mit dem steuerrad und das heilig wollen gleich das fehlt vor die hier wird alles abgeladen die jub kommt ohne ton ist denn am Steuerrack kann ich kein Headset anschließen und dann bringt mir das sehr wenig und da hier die Helfer extrem beschissen sind manche von ihm Steuerrack wo ich dann natürlich alles selber fahren aber das stört mich dann halt eben nicht und kann man halt eben nichts ändern so da ist die Rube so anschließen also das ist jetzt Video Folge 5 Teil 1 weil kommen mehrere Teil jetzt so 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 so